Hallöchen, liebe Micra-Freunde, ja, es ist mal wieder eine Micra-Freunde am Start für euch, ja. Ich sag's gleich, ich sag's gleich, momentan kommen weniger Folgen. Real Life, Real Life, Real Life geht vor momentan. Leider viel um die Ohren, deswegen kam, ich glaub, die letzten drei Tage hatte ich keine Folge hochgeladen, ne. Sorry dafür, aber momentan kaum Zeit zum Aufnehmen. Jetzt hab ich auch grad ungefähr nur, ach, zehn Minuten hab ich Zeit. Aber ich lass euch doch nicht im Stich, Leute, nein. Und wir müssen hier die Brücke, äh, die Brücke? Ach ja, hier drin. Hier drin will ich auch nochmal ein bisschen Holz reinklatschen. Ich glaub da nämlich das Dunkle hier, das Dunkle. Aber ich glaub, oh Gott, das ganze Inventar ist ja voll. Ich muss natürlich sowieso Holz hacken, ich glaub wir gehen auch heute nur Holz hacken, ne. Das schaff ich in zehn Minuten ungefähr, ja. Oh, ich hab noch Termine heute, Termine, Termine, Termine. Viel Stress auch auf der Arbeit, oh. Deswegen keine Zeit zum Aufnehmen. Natürlich schönes Wetter, Leute, schönes Wetter. Ne, also bei dem Bombenwetter hier, 30 Grad, oh, Mitte März, ähm. Mitte März, äh, komm ich auf März, Leute. Also Mitte, in die 30 Grad, in der Sonne. Leute, geht an den Strand, geht an den Strand. So. Was wollte ich jetzt? Ich will nur so ein Quas, äh, hier muss ich auch noch reparieren. Ich hab auch nicht so viel dabei. Ich bin schon, ja, Erde. Und jetzt mal der Creeper hier noch. Das ist grobe Erde. Das sollte hier eigentlich... Obwohl, die kann ich da drin lassen. Steinstufen hab ich auch nicht mehr. Brauchst du da... Ja, gar nichts. So viel Krempel im Inventar, aber nicht, was ich brauch. Oh, Knochenpfeil. Immer her damit. Immer her damit. Ja, auf jeden Fall, keine Angst, weil hier drei Tage schon kein Video von mir kam. Keine Angst, das geht auf jeden Fall weiter. Bloß momentan, ich hab kaum Zeit. Kaum Zeit. Ich lad und nimm dann auf, so wie ich Zeit hab und hau dann was raus, so wie heute. Gerade ein paar Minuten Zeit zum Aufnehmen. Ich dachte, komm, haust du schnell eine Minecraft-Folge hoch. Beziehungsweise, ich hau eine Folge raus. So. Ich brauch noch Treppen. Eine, glaub ich, ne? Komm, ich mach ein paar mehr hier. Das reicht, glaub ich, genau für... Ja. Oh, ich bin voll, ich bin voll. Also, ich bin nicht voll. Also, äh, Inventar ist voll, ne? So, Blu... Komm, hier, Blumen, Gedöns, Grimms, Kramps. Das kommt... Ach nee, das Grasse ist eigentlich auf... Egal, das bleibt erstmal hier drin. Ich brauch erstmal Platz im Inventar. Blumentopf, das kommt auch hier rein. Weizenkorn nicht. So. Äh, so, Clostone. Nein, haben wir doch da oben. Staub, so. Ziegel, Ziegel. Komm, die hau ich auch erstmal hier in die Grimms-Rams-Kiste. Dann hab ich hier die Pötte, die auch daneben. So. Treppe brauch ich ja gleich... Ach, Mauern. Da können wir vier Mauern noch machen. Wir müssen noch so viele Mauern setzen wegen die ganzen Creeper da. Die uns auf den Sack gehen. Ähm. Ach, hier sind ja auch noch Bruchsteintreppen. Mauer hatte ich gesagt, ne? Mauer. Mauer, Mauer, Mauer. Die brauchen eigentlich... Oh, da war eine Spinne. So, wir gehen nochmal in die Mauer. Ich glaub so. Da hab ich auch noch ein Stecken mehr nehmen können. Äh, egal. So, haben wir jetzt mal zwölf und dann... Ja. Holz. Eigentlich wollen wir Holz hacken. Und ich kann auch mal wieder was verzaubern. Oh, ich kann die Schuhe auch mal reparieren. Hm. Hose können die auch mal wieder reparieren. D-d-d-d-d-d-d. Was mach ich mal? Ich hab noch Diamanten. Komm, ich geh mal schnell reparieren. Und dann geh ich aber Holz hacken, weil die zehn Minuten sind schratzefatz der Umno. Zehn Minuten darum, weil ich nicht viel Zeit hab heute. Und ich kann schneller hochladen. Muss nicht lange rendern und ganze Gedöns ja da machen. Äh. Da. 19 Diamanten hab ich? Okay. Wusste ich gar nicht mehr. Äh. Äh. Komm. Schuhe reparieren. Und Schuhe... Komm, wir machen die Hose hier. So. Die Hose. Äh. Schuhe da. So, wir gehen da jetzt hier. Hier brauchen wir einen? Reicht einer? Hallo? Wie holt man da nochmal einen raus? Bin ich jetzt so... Das ist schon drei, vier Tage. Ich hab Minecraft gespielt. Schon wieder verlernt hier. Machen wir... Komm, das langt erstmal. Komm. Wir wollen uns ja nicht übertreiben, ne? Komm, hauen wir einen da rein. So. Das reicht. Zack. Ziehen wir uns nochmal wieder an. Und den Helm können wir auch nochmal. Den Helm... Den so schnell repariert. Zack. So. Diamanten kommen hier erstmal wieder rein. Den hätte ich auch gleich schon da drüben. Egal. Egal. Wir wollen doch Holzhacken gehen. So viel Arbeit. Ja, ich weiß so viel Arbeit. Ihr kennt die Zeit. Der Sommer ist da. Beziehungsweise steht kurz vor der Tür. Ist jetzt schon heiß. Draußen und warm. Und... Läuft das Wasser vom Kopf. Deswegen, Alter. Bei so einem Wetter nicht vor dem PC sitzen. Raus an die Luft. Am Strand. Wetter genießen. Ausflugstouren machen. Apropos Ausflugstouren. Demnächst mache ich auch wieder eine Ausflugstour. Hier wieder Minecraft. Wenn ich meine 300, über 300 Abonnenten erreicht habe. Dann gibt es eine Spezialfolge. Aber ich weiß nicht, ob ich eine Stunde mache. Beim letzten Mal habe ich glaube ich... War das 100 Folgen? Äh, 100 Folgen. 100 Abonnenten, 150 Abonnenten. Hatte ich da eine Stunde aufgenommen? Ich weiß es gar nicht mehr. Das ist schon ein bisschen länger her. Muss ich mal schauen. So, Holzhacken. Ich werde hier die kleinen... Die kommen die reißig ab hier. Die kommen weg. Ich brauche nur ein bisschen Holz. Weil dann machen wir eine Brücke von unten. Von unten will ich das noch ein bisschen verkleiden. Bischen. Ja, man könnte auch sagen ankleiden. Na ja, ankleiden nicht. Aber... Ihr wisst schon, was ich meine. Dass es nicht so eckig und kantig alles aussieht. Ich mag das nicht so eckig und kantig. Und ich muss... Ah, ich muss noch was gucken. Ich muss gleich mal was gucken. Hat Danger Dave, glaube ich, in der letzten Folge gesagt. Vor der letzten Folge. Wegen dem... Wegen dem Tunnel. Da ist irgendwie was asymmetrisch. Da muss ich gleich nochmal gucken. So, den Baum noch. Und den dann da hinten. Und da reicht das. Das ist ja schon einen halben Stecken. So. La 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 la. Ey, ich will hier. Lass mich hier raus. Nämlich noch... Oh, da ist ein Appel. Ein Appel. So, was? Oh, ich dachte da war schon wieder ein Creeper. Das war irgendwie so ein komisches Geräusch, ey. Äh, Setzlinge. Komm, die Setzlinge lass ich jetzt mal da. Aber das ist so. Holz. Komm, das reicht. Habe ich Erde dabei? Das sieht ja auch aus. Ach so, jetzt wollte ich da... Ach, Kies für den Weg da rum. Egal. Aber hier das Loch um mich auch mal zu. Was? Erde? Oh, ja. Schon wieder. Oh, fall ins Loch. So, jetzt aber Hackengas. Hackengas. Tunnel, genau. Zum Tunnel. Ab zum Tunnel. Da muss ich einmal gucken, was... Danger Dave meinte hier. Äh, asymmetrisch. Ach so, jetzt weiß ich. Aha, ja. Du meinst bestimmt, hier links ist nur einmal so. Und da ist zweimal. Das meinst du bestimmt. Danger Dave, ne? Da wollte ich sowieso noch sehen, wie ich das umbaue hier. Habe ich hier noch ein bisschen auf der Seite was wegnehmen? Kleinerweise noch nicht, wie ich das mache. Aber ich glaube, das meinst du so, ne? Schreib es in den Kommentaren. Aber ich glaube, du meinst die Seite da. Also, die Seite. So, ab zur Brücke. Beziehungsweise erstmal ins Lagerhaus. Ich muss oben das Dach auch noch fertig machen. Oh, nee, Leute. Ich muss erstmal die Kräften, Kräften. Erstmal Holz umwandeln. Komm, mach mal die Tür auf da. Kann doch nicht angehen hier. Warum geht die Tür nicht auf da? Ich muss ja aus Stufen, ey. Stufen nicht, da solche Bretter hinmachen. Na, ihr wisst schon, Nadie. Ah. Na, ich komme gerade nicht auf den Namen. So. Mensch, voll in Stress heute. So, jetzt möchte ich mal Treppen haben. Vier Stück. Vier Stück. Äh, ich... Oh, ein bisschen... Hä, vielleicht doch ein bisschen mehr, ne? Komm, 24 reichen erstmal. Ich will das euch ja nochmal zeigen. Was mache ich denn hier? So, das mache ich beim nächsten Mal dann weiter. Also, werde das weiter fortführen mit der Brücke. Denn man, nee, schaffe ich nicht mehr. Ich gucke gerade auf meinen Timer und hier das Loch muss gestopft werden. Aber ich wollte nur eine kleine Folge raushauen hier für euch heute und ihr, ne? Dass ihr noch seht, ich bin noch da, ne? Ich bin natürlich noch aktiv. So meine ich das, ne? So ein bisschen. Dann sieht das auch nicht mehr so eckig und kantig aus. Also, mir gefällt das so. Natürlich das da oben nicht, aber... Machen wir gleich weg. Sonst sind sie auch schon verbraucht. So. Und das werde ich dann mit oben weiterführen. Da oben können wir vielleicht den Stufen reinballern. Da wird es vielleicht mit den Treppen nicht so passen. Aber auf der anderen Seite auch mit den Treppen. Ja. Jo, Leute. Und das war es auch schon wieder für heute, ne? Ich sag mal, danke fürs Einschalten, fürs Zuschauen. An die Neuen natürlich unter euch. Wenn es euch gefallen hat. Auch durch meine Stressfolge hier heute. Aber momentan nicht viel Zeit. Real Life, Real Life. Aber schaut euch doch meine anderen, meine vorigen Videos an. Da ist es schön, schön chillig. Schön chillig. Da sind wir ab und zu mal schön chillig unterwegs. So. Und ja, passend. Es wird wieder dunkel. Beim nächsten Mal will ich aufnehmen. Ist das natürlich wieder Nacht. War ja klar. Naja. Ich sag mal, danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.